Neulich hat jemand, nach 10 Minuten ist jemand rausgegangen, hat gesagt, der sagt immer das F-Wort. Es gibt jetzt ein N-Wort und ein Z-Wort, das F-Wort, ich nehme an, die meinte Ficken, ich weiß es nicht. Aber wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Wort haben, schaffen Sie den Abend nicht. Lieber unter Niveau amüsiert als über Niveau gelangweilt. Treffen Sie sich zwei Muschig, sagt die eine, zur anderen stinken wir nach Fisch, sagt die erste, wer behauptet denn sowas, böse Zungen.